oh mein gott jetzt habe ich keine auswahlmöglichkeiten ja ich hätte springen müssen aber du hast am anfang halt keine ahnung wohin weißt du echt erst später weil ich den doppel gesprung habe muss ich eigentlich nicht so viel angst tschüss so und ab geht's nutzt man den doppelsprung zum ende blöder tipp meine güte du kannst nicht mal viele beleidige ich mich selbst ich gehe auch zurück ist ja das ist genau der fehler ist das uns aus vielen anderen spielen gewohnt man darf ja aber nicht zurückweichen das ist genau der fehler erst wenn man wirklich weiß wie es funktioniert kann man das machen das war so lehm es nicht mal irgendwie sturm an dem boden nein sondern viel zu einfachen ja dingens du denkst auch immer du bleibst auch so von der geschwindigkeit aber irgendwie wirst du immer schneller muss ich echt abbremsen das richtig extrem na los komm lass dich nicht so verarschen es ist doch ein einfaches level das ist ja das ist ja noch nicht mal schwer schön wollte schon sagen ey der doppelsprung ist mir auf jeden fall 10.000 mal lieber wunderbar ich hätte noch doppelspringen müssen denke das abbremsen ist immer noch so wie in einem normalen jumpman aber das ist es bei weitem nicht das hat doch mal eine eigene physik hat abbremsen müssen kann ja aber genau bei dem level anscheinend sehr viele punkte zusammen sammeln ich hätte nur festen fehler gemäu alter jetzt habe ich echt einen double jump ey oh gott auch jetzt so ok ok ich muss dann echt jedes mal springen am besten jetzt kommen hier irgendwelche unsinnigen explosionen immer ganz vorne da wird es jetzt interessant ach die können wir auch durchfahren ich hätte doppelspringen müssen schon wieder ich sag es jedes mal doppelspringen alter welcher furchtbar ich hätte ruhig schön Schön Oh man Ein Doppelsprung lässt aber eigentlich Nicht mehr großartig korrigieren Airtame von 8 Alter Echt ein sicker Dude So Ja ich muss auf die anderen Okay Hast schon verstanden Gut Und jetzt sollte alles kein Problem sein Außer man springt so scheiße Und ohne Verstand Und dass man sich überhaupt fragt Dass man sich Überhaupt Was man hier überhaupt anstellt So Oh man ey Was ist ne scheiße ey Gut Man mein Irgendwie wird auch das Spiel Viel unfil Sieht gar nun Okay Ich hab ja was erwischt Och gut Ich glaub man könnte auch einfach durchspringen Wahrscheinlich ist ja Auch irgendwo das Skull dort oder so Ja da ist das Skull Aber da kommen wir beim besten Willen net hin Es gibt hier Level wo man hier Sicherlich dann cheaten kann In Anführungsstrichen Einfach weil's geht Ich muss dann immer bewegen In die Richtung bewegen In die Richtung bewegen Mit der Maus Meine Güte Wann lerne ich diesen Shit Ja So hätte ich mich beinahe noch gerettet Ich weiß gar nicht Ob da noch das Sprinten hilft Ich muss dann viel früher schon eindenken Okay Wenn ich sowas mach Okay Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist Da denn gewesen ey Das war krank Okay Mal gegen Verkehr Ja Ohne die Fähigkeit Ganz ehrlich Okay So War so ein Pranker Alter Prankster Dings Okay Oh Hat sogar noch schön geklappt Dafür dass es wirklich sehr furchtbar war Wie man ja gesehen hat Oh mein Okay Ich wurde verarscht Oh man Warum springe ich da hoch Wenn ich gerade eine schöne Position hatte Warte im Himmel Oh man Oh mein Gott Oh mein Gott Was war das denn für ein krankes Shit Alter Mega Speed Bonus Aber wie Ist ja auch kein Wunder Bei all dem was ich da Am Geniefert hatte Okay Ist besser durchzuspringen Okay Ah Was ich duke schon meinen Kopf mit Alter Das Spiel Ist ein echt mitgehen Ist nicht so einfach Macht aber irgendwie jetzt übelst fun Wo ich gerade voll drin bin Was heißt denn voll drin Ich sterbe ja immer noch Sichtlicherweise Sehr extrem Aber Macht trotzdem fun So Das war so doof Kann doch nicht so dumm und scheiße springen Anscheinend geht's Na komm Was hab ich gesagt hab Ich bin drin Bin ich gar nicht mehr drin Was soll denn das Nicht schon wieder Universum Stell mich nicht schon wieder bloß Das reicht mir manchmal schon Ja Warum springe ich da auch hoch Warum springe ich dann Warum tue ich mir das Ah Ja das Problem ist danach Plötzlich Zack Alle Trucks Sind kaputt Ja selbst du erwischtest mich Jawoll Hatst du uns bei den anderen Dinger nie Ganz plötzlich bei sowas Richtig Lame Oh Ja Lame Oder mit der Nanny Fresse Okay Wir könnten es Wir könnten es sogar mal haben Ja Haben wir gesehen Wieder ein Anti-Level für mich Oh Gott Ja Und dann springe ich so doof nach vorne Und ich glatt denken mag Hat er überhaupt jemals das Spiel gespielt Hat er nicht vorhin Erfahrungen gesammelt Mit den An dem anderen Scheiß Ja 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 Okay Okay Ab nach vorn Immer schön Vorsicht Sehe ich Sehe ich Warum sehe ich nur von Sehe aber auch nur von Dings zu Dings Und dann Ja Ich bin Ja Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Oh man Immer den Doppelsprung nutzen Nicht vergessen Ist mir egal ey Ich sprinte hier durch Wenn ich Lustigerweise war das gar nicht mehr so schlecht Dafür, dass ich so doof rumgesprintet bin Wahrscheinlich wohl die Geschwindigkeit Doch irgendwo Gewohnen zu sein Mit der Steuerung So Ja Danke Truck Ey Dass die auch manchmal so stehen wie so ein Müllhaufen So wie jetzt gerade eben Die stehen einfach da wie so ein Gesinkter Müllhaufen ey Ah man ey Komm Jetzt oder nie Scheiße Ja auch scheiße Na komm Jetzt fahren wir doch ein bisschen ruhiger Das heißt wir fahren ruhiger Wir springen ruhiger Fahren tun wir ja nicht wirklich Wir werden ja nur gefahren Oh komm Ganz ehrlich Ich gebe total Vollgas Mir ist alles scheißegal Das gefällt mir am wenigsten ey Dass ich nicht mal genügend hochschwimmen kann Das ist ja auch schon mal genügend hochschwimmen kann Jetzt fast geschafft so... nervig warum ok oh man ich komm nicht mehr durch dieses level ist mein nemesis nemesis so wie es aussieht jetzt wird es im zimmer gerade so warm ich hab das gewusst ey, doppelsprung sofort ja, schön haha jetzt ganz ruhig bleiben kann ich erst verarschen lassen von denen jetzt ganz ruhig bis zum ende oh meine Güte war das so schwierig so welt 4 laser abilities achso ich kann ein achso ich kann ein solches und ein solches achso ein alt JPEG das wirklich nicht funktionieren sollte benutzen wir das mal mal gucken was dann passiert mal gucken was dann passiert okay okay die laser welt ey oh man muss über eine bestimmte Zeit hier durchkommen muss man halt schon sagen ich war irgendwie der Fan von mal gucken wow das ding macht ja immer das echt einfach ey mit dem jetpack das ist doch ein bisschen achso funktioniert das oh mein Gott einfach nur schnell genug sein gut das sprinten gutfall das dingens nutzen so schön immer gegen das goal klatschen okay die welt ist echt krass aber auch irgendwo geil hat irgendwas eigenes ne mit dem laser vor allen dingen sieht das auch wirklich mal krass aus boah da habe ich das laser gar nicht mehr gesehen aber eins ist auch geil die musik geht gut ab mir gefällt es mit der jetpack fähigkeit macht das spiel schön auf einem auf einem besonders interessanten niveau das jetpack ist auch krass muss man auch mal wirklich so sagen ey gucke ich das an wie ich jetzt überhaupt durchgehe wirklich eine krasse fähigkeit ist wahrscheinlich nicht die schnellste aber okay ist mir relativ mit der schnelligkeit vor allem mit der